Ich habe mein Bücherregal umgestellt und ich habe keinen Platz mehr. Ich hatte es ja vorher nach Farben sortiert und das fand ich auch mega schön, aber ich wollte einfach mal wieder Abwechslung haben. Und deswegen habe ich es diesmal nach Genre und in den Genren alphabetisch nach Autorinnen sortiert. Ich habe währenddessen tatsächlich nicht viel gefilmt, deswegen seht ihr hier auch schon das Ergebnis. Ich habe erstmal da oben nach Fantasy sortiert. Dann haben wir hier die kleine Auswahl an Dark Romance, die ich habe. Hier haben wir Graphic Novels und ich finde, die sehen einfach so schön zusammen aus. Dann sind hier die vier Thriller, die ich habe. Ich bin ja nicht so die Thriller-Maus. Sports Romance, Sports Romance und noch mehr Sports Romance. Dann haben wir hier so contemporary, traurige Romance-Bücher. Na klar. Und ab hier fängt dann generell Romance ab. Da habe ich ja so einiges. Man kennt mich ja nicht anders. Absolut scheiße gefilmt an der Stelle. Sorry, Leute. In diesem Regal war eigentlich vorher mein Lauren Asher Schrein, aber der musste umziehen hierhin, denn ich habe einfach keinen Platz mehr und ich kann es mir nicht leisten, irgendeinen Schrein zu haben. Naja, hier seht ihr nochmal das Gesamtbild. Ich weiß, wie viel zufrieden ich bin. Ich habe halt einfach keinen Platz mehr und es stört mich. Und du wunderschön mit mir? Vielen Dank.